Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Stoneheart. Ich habe das Spiel jetzt neu gestartet und wie ihr seht, der, warum auch immer, der Frame, der hängt dann da in der Luft. Und hier haben sie die jetzt eingesetzt. Das ist strange. Naja, das bleibt, muss dann jetzt leider so. Oder kann ich irgendwie... Nee. Egal. Leider kann ich hier nicht wegmachen. Das sieht jetzt ein bisschen kacke aus. Wie die sich so verpissen. Ich lasse jetzt gerade von der Catherine drei Kisten bauen. Hä? Hä? Nehmt es mal auf hier. Ähm, Blacksmith habe ich dann nicht, ne? Nein. Ähm, also. Kurze Erklärung. Ich habe... Tatsächlich... Ähm, ich hatte das Spiel neu gestartet. Und das Problem ist, oder war, ich hatte nur ein, zwei Sachen noch ausprobiert, aber es hat leider nicht funktioniert. Dann wurde ich dreimal von Goblins angegriffen. Dreimal. Wirklich. Und dreimal habe ich die knallhart in die Flucht getrieben. Ähm... Ja, und die haben jetzt gerade nichts zu tun. Ähm, jetzt schaue ich mal. Wo haben wir die... Die Tools? Hm. Geh doch mal weg da. Content. Okay. Wie komme ich denn... In the Tori? Lol. Jetzt habe ich ihn jetzt gesehen. Ach, Kiss. Nein, nee, gar nicht. Wie komme ich denn an die Dinger dran? Warte mal. Okay. Okay. Large Crate. Kommt da hin. Hat die jetzt wirklich irgendwo hier hingeschmissen? Content. Nee, da verschiebe ich nur die Kiste mit. Wie komme ich denn... Ich habe das Gefühl. Äh... Ach, da hinten. Seht ihr? Die hauen schon von alleine ab. Easy game. Boah, wie komme ich denn an die Kisten jetzt bitte schön dran? Ja, okay. Äh, nein, da habe ich... Egal. Sind die denn alle voll? Nö. Doch, Food ist voll. Nice. Aber ich muss doch... Construction. Ich muss doch irgendwie die Kisten dahin jetzt können. Inventory. Ah, ah, oh, oh. Oder? Wieso? Äh, nein. Haben wir irgendwas? Den können wir sellen. Und Fuchspelz. Können wir auch verkaufen. Okay. Tschüss. Goblin's Thieves. Boah, ich glaube, ich muss mal Lara hier kaputt machen. Ich versuche mal. Ja, jetzt kommt der nächste Goblin. Ich glaube, ich muss halt Lara hinten mal down machen. Äh, ich achte da jetzt einfach nicht drauf. Wie komme ich denn an die fucking Kiste jetzt? Irgendwie rausziehen, oder? Placen. Ein Goblin sneakt. Boah, also so langsam ist er echt partyhart. So, Defense. Dann waren wir mal alle drauf. Ich wollte eigentlich in der Folge einen Koch bauen. Also, fertig machen. Warte mal. Uh, cool. Da, gut. Oder warte mal. Muss ich hier auf Place? Ah. Lord, endlich habe ich es gerafft. Und so. Okay. Ernsthaft? Geht mir so langsam auf den Sack, ihr Goblins. Place. 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 Hehe. Frei nach dem Motto. Wim wir schon dabei sind. Kloppen war einfach ganz drauf. Perfekt. Loot. 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 Ich muss den ganzen Tag gucken, ob die irgendwas fallen gelassen haben. Was haben wir hier? Das sind nur Flauers. Okay. Von wenn die hier mitten auf dem... Einzhaft. Also, so langsam ist gut, ne? Haben die denn hier irgendwo ein Camp noch? Da, tatsächlich. Zwei Camps. Das muss ich unterbinden. Naja, okay. Ähm. Während die jetzt zugange sind. Okay. Worker. Ähm. Change Job. Ah, warte mal. Ähm. Komm, dann wird jetzt Kali unser persönlicher Koch. Daily Update. Schade, ganz knapp. Aber egal. Mit neuen Villagern kommen wir erstmal gut klar. Okay, wo ist jetzt Kali? Okay. Da. Er hat sich gerade den... Bauen wir das jetzt einfach mal hier hin. Ähm. Und dann baue ich für die ganzen Sachen... Genau. Dann baue ich das Haus für die ganzen Sachen. So, kurz einen Schluck getrunken. Aber erstmal schauen, was er so machen kann. Machen kann. Sack of Flur. Lull. Geil. Basket of Carrot. Aha. Das ist natürlich geil. Was braucht der dafür? Ich mach einfach mal Craft. Vielleicht gönnt er sich ja sofort. Warte mal. Flur. Flur, Flur, Flur. Flur. Ähm. Ich mach einfach mal... Wait, wait. Ist das... Nein, ist das Zucker. Ich mach einfach mal... Weil ein Carrot fällt, reicht. Flur, 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 Flur. Grain? Ähm... Ja, was kriegt er... Wo kriegt er da raus? Eigentlich aus die Turnip. Oder? Ja, Armt, Goblin, fuck off. Ja, Armt, Goblin, fuck off. Krupp. Shit. Ah, jetzt seh ich's. Bale of Weed. Warte mal. Wart haben wir das hier? Okay. Bale of... Hallo? Of Weed. Okay, da bauen wir das Weed an, damit der Koch Wait, 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 wait Ganz ehrlich So, ich mach das jetzt mal ganz einfach Klopp den mal down Ja, wenn du den triffst Komm, alle auf ihn drauf Ich muss natürlich aufpassen, nicht, dass jetzt von hier hinten ein Dieb kommt oder so So, und du Greifst ihn jetzt an Und das wird gelootet Von wo? Alles klar Der geht jetzt erstmal auf ihn hier, wenn er ihn treffen will Nö, jetzt kriegt er Hunger Äh, tut Ah, okay Bam Foodman Level 2 Okay, perfekt So, der gammelt jetzt hier hin Warum der kloppt dann jetzt die Dinger? Ich glaub, die muss ich echt Ich muss weg, ich will wegmachen Sind die alle schon voll? You know what Ich kack jetzt drauf, weil ganz ehrlich Ich kack jetzt auf Sortiererei Huch Das bringt eh nicht viel Weil ich Ah, eh nicht sehen kann, was da drin ist Ähm Nö, nö Nix Mach mal ehrlich Die Kiste So, Food Food müsste aber genug da sein Und weg damit So, wo ist jetzt mein Foodman? Alles klar Der ist wieder hier Perfekt Und dann brauchen wir Mach ich jetzt knallhart Eins, zwei, drei, vier Acht Drei Also Drei, sechs, neun, zwölf Zwölf Kisten Big Chest Big Chest Zwölf Craft So Ist jetzt natürlich blöd, dass ich nur einen Farmer habe Der Ding ist hier nicht But you know what Guck Du wirst nochmal zum Farmer degradiert Tut mir leid 10 wird gelootet Aber Ich muss erst das Feld mit dem Mit dem Weed Bestücken Oder bestellen Eins von beiden Und in der Zwischenzeit Drücke ich mal Hier drauf Das heißt Ja ich mach Gleiche Größe Floor 16 mal Fuck Mal 10 14 Also okay 16 mal 10 Nein Ähm Rolls Standardwende Alle sind Alle da Okay Color Material Ne Kein Stein Ich bleibe wirklich bei Holz Ähm Einen Moment Ich glaube Mit diesen Mit den Slabs Kann ich mich hier hochbauen Dann Ähm M Einmal kurz Den hier Eine Standard Tür Wooden window Na das ist Standard Fenster Hier eins hin Zwei Von Vom Rand Ah Drehen Drei Von Dem Rand Ich bin mich jetzt gerade ein bisschen Konzentrieren Entschuldigung Wenn ich nicht so viel sage Ähm Okay So Ein Steindach Auch nice Cool Ähm Das passt Soweit Decorations Ein Djavan möchte ich gerne Ähm Mach ich dann Hinterher Finish Yes Und eine Karawane Ähm Hallo Sam I come Bearing Goods For trade Would you like To give me Six Basket Of Turnips Ähm Nein Die brauchen wir eh noch nicht Jetzt wird erstmal hier Die kleine Stadt Errichtet So Des Weiteren Slaps Esmer Road Die country Road Zack Yes Okay Das wird hier gebildet In der Zwischenzeit X-Ray Boah alter Die Kisten ist Oh no Foundation Oh oh Remove Ja Könnt sich Ah okay Das ist natürlich irgendwie Kacke Warum kann ich Da nichts rein Machen Ach nö Okay Das muss ich dann Leider so lassen Ähm So die wärmen sich jetzt gerade auf Okay Warum wird hier jetzt geworkt Bitte Was wird hier geworkt Warum wollen die da aufs Dach drauf That's not good Mann Ich drück mal den falschen Knopf Was ist denn das Achso Okay Hallo Weg mit dir So Ähm Okay gut Jetzt wird das Feld hier bestückt Immerhin mit Weed Bale of Ulta Loll wie schnell das Äh Fertig Zum Usen ist Okay Zwei Stück hat sie immerhin schon Das heißt Sind die hier drin Da sind die drin Okay Äh Place Item Zack 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 What the fuck Did he do Immer noch den falschen Knopf Was bauen die da jetzt an dem Haus Okay Ich drück mal den hier Mal kurz Defenden Goblin Hornet So Das Ding Kommt Hier hin Einfach um die ein bisschen abzudingsen Blut Äh Nein, 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 nein Wow, 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 wow So Schade Nicht geschafft Tag 9 Aber egal Ich glaube die haben sich da gerade beide drum gekloppt Deswegen ist irgendwas abgekackt Worker Und Das Warte mal So Ähm Das kann zu Holz haben wir doch genug Warum wird hier nicht weitergebaut Okay Das ist jetzt gerade Ein bisschen strange Warum nimmt der das und packt das dahin Kommen die das irgendwo nicht mehr hin Das wäre natürlich geil Wenn die jetzt nicht mehr da hinkommen Warum geben die sich Das loote ich mal Da rennt ja Jetzt rennen die beide sofort hin Oh shit Oh nein Oder Doch, die kommen da noch hin Hä Wait a minute Ah, Ingen Error Ich glaube, da ist irgendwas abgekackt Override Äh Ja Wisst ihr Bescheid, ne Moment Ich mache einmal Äh Quit to main menu Und continue Einmal kurz Die Das Level neu laden Ich glaube Ich glaube, da haben die sich gerade Gegenseitig Abgespackt Loh 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 Äh Dude Ähm Pass auf, du machst mal irgendwas Du baust Ein Vogelbecken Damit du irgendwas zu tun hast Und nicht so im Boden feststeckst Okay, die bringen jetzt auf jeden Fall da die Sachen hin Aber warum haben die das Gerüst dahin gebaut? Geht mir auf den Sack Warum gehört das Gerüst dahin? Äh, dazu Entschuldigung Wie viel Komme ich da aus dem Hotkey hin? Ii Okay Okay, da wird gebaut Fünf Basket of Dings Habe ich Immerhin Ja, ihr habt Hunger? Habe ich Steine? Habe ich Hunker Stone Das gefällt mir jetzt gar nicht, dass der Typ da im Boden festhängt Ich warte noch ein bisschen Ja, die sind jetzt gar da am Foden So, das wird zu Ende gebaut Oder wird momentan gebaut Ähm Wo ist denn Bist du der Carpenter? Ich kann auch nichts unterscheiden Sie ist der Carpenter, alles klar Place Item Dahin Wird dann wahrscheinlich gemacht Ähm Eine Leiter Schade, dass ich nicht einzelne Blöcke da irgendwie hinsetzen kann Der Typ hängt immer noch im Boden fest Nein Äh Looten Was machen die Okay, die sammeln es auf Und er legt es jetzt wieder hin Also er verteilt es Der Nächste nimmt es auf Okay, sie geht Backpack Okay Okay, die futtern sich da jetzt durch Äh Da Ja, okay Easy Ah, jetzt Ah, okay Okay Ich habe jetzt mal ein paar von denen Geholt Okay So, perfekt Das lagern die jetzt da ein Das ist kein Gut Woodlock Woodlock Habe ich noch Woodlock Äh I Inventory Nein, habe ich Doch, habe ich noch 29 Stück Also da sollte Ja, der pennt gerade Der Token kommt auch hier hin Armed Goblin Okay Was ist denn da Blaue Okay Ein Fuchs Ah, okay Die kloppen sich da gerade Ich schmule mal das Ganze vor Das ist natürlich cool Ähm Ich merke glaube ich gerade Dass ich etwas wenig rede Aber Ähm Was macht der da jetzt Ah, okay Carpenter Wie weit bist du Boah Dauert noch ein bisschen Moral Food Shelter Safety Aha Okay Okay Die schlafen alle Die baut fröhlich Kisten weiter Nein Fuck Och nö Alles klar Äh What Alles klar Die Typen Die bauten manchmal So ein bisschen Fest Das ist nicht so geil Ne So Ähm Das blaue L O A Was bedeutet das Fuck Ich bin da Gerade überfragt Habe ich gerade Eine Weaver Ja Habe ich So Pass auf Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Neun Stück Padded West Die beiden Werden Gecrafted Wo ist denn der Weaver Gerade What the hell Ähm Weaver Da Da Der hängt In der Wand Fest Alter Okay Also die Die hängen gerne In der Wand Fest Die Citizens Ähm Okay Hallo Perfekt Okay Also mit Äh Kann man Die dann Ein bisschen Frei Holen Wie auch Immer Was Kannst du Denn Bei den Abituals Color Insider Weaver Das ist okay Artisans Ha Cool Offusing Wood Nice Daily Update Ah Ganz knapp Aber egal Wir bleiben Jetzt erstmal Bei Neuen Stück Erstmal Ähm Okay Hallo Im Town Defense Mode Holt ihr Alles Hä What Das ist Das Ruckelt Auch ein bisschen Gerade Naja Ich sehe gerade Die Zeit Oh Ähm Ja Die Zeit Die Liebe Lote Zeit Ähm Ich speichere Hier Ich beende Dann das Spiel Für Heute Ich hoffe Mal Dass So Town Defense Mode Was machst Du Jetzt Jetzt holt Er Sich Das Nächste Ich Beobachte Jetzt mal Und Arbeitet Okay Irgendwas Ist da Verschoben Das ist Nicht so Geil Warte mal Ich lasse Die mal Arbeiten Okay Weil die hat Auch nicht Die hat auch Nicht Dieses Horn Also Das Dingens Ich lasse Die Obwohl Die Zeit Ist eigentlich Schon Lange Drüber Ähm Na Ich würde Einfach Mal Sagen Ich Guck mal Ob das Problem Weiterhin Besteht Wenn nicht Muss ich Gucken Was ich Mach Auf jeden Fall Bis dahin Vielen Dank fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge von Stone Hearth Obwohl wir Noch Ziemlich Wenig Steine Gemacht Haben Okay Warte mal Zwei Stück Inventory Ich schaue Mal ganz kurz Zwei Stück Davon Haben Alles Klar Zwei Stück Davon Oh cool Ein Bild Ich wollte Das Padded West Craft Das machst du Noch eben Schnell Naja Das mache ich Auf jeden Fall Mehr oder weniger Ich sage Ich nenne es Jetzt auch mal Offscreen Das Dingens Hier Also ich glaube Dass dieses Lua Ich muss Ich muss mal Ein bisschen Googlen Das ist Da sind die So ein bisschen Siehst du Die sind Ein bisschen Verwirrt Jetzt gerade Auf jeden Fall Vielen Dank Fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge von Stoneheart Auf jeden Fall Ich hoffe Euch gefällt es Bei mir gefällt es Auf jeden Fall sehr Obwohl es Ne Alpha ist Vielen Dank Fürs Zusehen Bis zur nächsten Folge Zum dritten Mal Auf Wiedersehen Ciao